Wie verhält es sich mit Abfindungsaussichten bei Kündigungen in Kleinbetrieben, wenn also im Betrieb nicht mehr als zehn Arbeitnehmer beschäftigt sind? Das erkläre ich dir in diesem Video und gebe dir am Ende noch Tipps, was du in solchen Fällen beachten musst bzw. wie du dich da am besten aufstellst. Zunächst einmal war das hier ein Video, Kündigung unbegründet, so erhältst du eine Abfindung, auf die sich IB bezieht mit folgender Frage, wie ist das bei einer unbegründeten Kündigung in Kleinstbetrieben? Zunächst einmal war ja mein Video, ging ja um die Frage, muss eine Kündigung im Kündigungsschreiben begründet sein? Ich hatte gesagt, nein, es ist sogar ein Kunstfehler. Der Arbeitgeber braucht natürlich, wenn es kein Kleinbetrieb ist, einen Kündigungsgrund nach dem Kündigungsschutzgesetz. Wenn es kein Kleinbetrieb ist, also mehr als zehn Arbeitnehmer regelmäßig beschäftigt werden und du länger als ein halbes Jahr dabei bist, dann braucht er einen Kündigungsgrund, der anerkannt ist, betrieblich, verhaltensbedingt oder personenbedingt, zum Beispiel krankheitsbedingt. Die drei Kündigungsgründen gibt es. Im Kleinbetrieb braucht er die Kündigung als Gründe nach dem Kündigungsgesetz nicht, denn hier gilt das Kündigungsgesetz nicht. Aber auch im Kleinbetrieb kann eine Kündigung unwirksam sein, zum Beispiel, wenn sie treuwidrig ist. Beispiel, der Arbeitgeber hat irgendetwas gemacht, er hat dir eine auf die Nase gegeben vor Wut, der Arbeitgeber dir als Arbeitnehmer, du bist krank und dann sagt er, ach, jetzt bist du auch noch krank, jetzt kündige ich dir. Das wäre eine treuwidrige Kündigung, weil der Arbeitgeber hat das ja selber die Situation herbeigeführt. Oder die maßregelnde Kündigung, 612a BGB, das heißt, du machst ein Recht geltend und der Arbeitgeber sagt, vielleicht noch in der Kündigung, weil du gefordert hast, die Nachweise nach dem Nachweisgesetz, kündige ich dir jetzt. Oder ganz wichtige Gruppe, die wichtigste Gruppe im Kleinbetrieb, die diskriminierende Kündigung, AGG. Der Arbeitgeber sagt, ach, weißt du was, ich habe festgestellt, mit Frauen kann ich doch nicht und kündige dir, weil du eine Frau bist. Und ich arbeite künftig nur noch mit Männern zusammen. Solche Sprüche. Problem immer, du musst das beweisen. Kündigungsschutzgesetz gilt nicht. Du berufst dich auf einen anderen Kündigungsgrund. Du berufst dich auf einen anderen Unwirksamkeitsgrund. Du musst diesen Grund und die Umstände beweisen. Und jetzt kommen wir zu der eigentlichen, zum Kern der Frage. Arbeitgebern wird man in Kleinbetrieben immer dringend davon abraten. Rate ich ja generell von ab, aber gerade in Kleinbetrieben ist es besonders fehlerhaft, irgendeinen Kündigungsgrund zu nennen. Erst recht natürlich in die Kündigung reinzuschreiben. Denn letztlich kann dieser Kündigungsgrund nur Anknüpfungspunkt sein für eine Unwirksamkeit. Da der Arbeitgeber keinen Kündigungsgrund braucht, sollte er definitiv auch keinen benennen. Nehmen wir unser Beispiel vorhin, der Arbeitgeber hat dir eine reingehauen und du bist krank. Da könnte natürlich der zeitliche Zusammenhang mit der Kündigung, könnte natürlich dann schon allein dafür sprechen, dass er dir jetzt auch noch kündigt wegen der Krankheit. In diesen Fällen wird der Arbeitgeber ein bisschen abwarten, bis du wieder halbwegs fit bist und wird dir dann ohne Begründung die Kündigung geben. Nun ist das ein Extremfall. Aber auch in allen anderen Fällen wird der Arbeitgeber, wenn er sich zum Beispiel über dich ärgert oder wenn du krank warst, einfach so krank warst, wird der Arbeitgeber tunlichst vermeiden, dir diesen Grund zu nennen, wenn er ein Profi ist. Wir haben ja auch diesen Arbeitgeber-Coaching-Kanal, den, wenn du selber Arbeitgeber oder Chef bist, guck dir das mal ein bisschen genauer an. Da erscheinen in der nächsten Zeit auch nochmal zu dem Thema Videos. Aber den Arbeitgebern sage ich auf keinen Fall irgendwelche Gründe, gerade im kleinen Betrieb auf keinen Fall irgendwelche Gründe nennen. Es kann aber natürlich auch noch andere Unwirksamkeitsgründe geben, Schriftformen oder ähnliches, wenn du eine Kündigung bekommen hast. Insbesondere bei kleinen Betrieben, wenn du eine Rechtsschutzversicherung hast, dann nutze unser Angebot kostenlos und unverbindlich mal zu hören, was man in diesen Fällen machen kann.